Ich stand das an Psychos, Michos, ne? Psychos, Michos, Alter. Wie bin ich da? Oh nein! Ja! Oh mein Gott, was war das für ein Fail, Alter. Ich bin dein Hurensohn. Hallo, ich habe vergessen, im letzten Part, Igor ist wieder da. Hi. Ja, ich habe vergessen, Musik hinterzulegen, aber das muss ich dann irgendwie jetzt wieder neue durchnehmen. Nicht gut. Das ist nicht gut. Aber egal. Jetzt geraten wir uns erstmal wieder hoch, zu der Titte. Wir wollen die mal anfassen. Die Elektro-Titte? Ja. Krass aber. Jeder will die Elektro-Titte mal berühren. Aber ganz Elektro-Titte bitte. Elektro-Titte bitte. Elektro-Titte bitte. Wie geil war das denn? Du bist echt behindert, ey. Ich bin behindert. Psycho-Creeper ist unter mir, das soll mal weggehen. Wo? Der ist unter meinem Niveau da. Bist du Farmen? Ich bin zu Hause. Hast du was gekocht? Vibe? Ja. Gut. Ich kriege einen Nudel-Auflauf. Oder Kartoffeln. Nein. Hier sind doch alle Kartoffeln hier. NUDEL! Du kannst gleich mal die Nudel haben, ey. Boah. Junge, du bist so hässlich. Ah, danke Fockel, du bist echt sexy. Ich bin nicht hässlich. Fockel hat mir das Leben gerettet, Junge. Jetzt. Satz dir gleich deine Mutter ab. Krass, Alter. Also sowas hätte ich von dir jetzt nicht erwartet. Ich bin schon krass, oder? Ja, schon. Und könnte mich auch den... Wie nix jetzt. Ich nenn's jetzt... Psycho-So. Schon so ein Psycho-So-Milchos, ne? Psycho-So-Milchos, ne? Psycho-So-Milchos, Alter. Wie bin ich da... Oh, nein! Ja! 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 Oh mein Gott, was war das für ein Fail, Alter? Das sah geil aus. Nein! Egal. Hast du's gesehen, oder was? Nein, ich hab grad nur vergessen... ...meine Sachen da... ...in der Mine. Da hab ich ja so ein Geheimversteck gehabt. Wo keine Mädchen rein dürften. Gut. Ich darf also nicht rein. Nee. Schade. Ja, was passiert, wenn man ein bisschen... ...und ja... ... ist... ...homophobisch. Aber... Schon krass. Freitags... Machen wir gleich ein Kriegshammer. Ein Kriegshammer. Die... Die gibt's ja hier... Die gibt's hier wirklich. Das ist einfach das Tor werden, Alter. Damit könnte man wirklich so eine Explosion machen, ...als wäre man ein hässiger Döner. Weißt du, was bin ich runtergefallen? ...Falscht und da kommt ein Psycho-Creeper und ... Ich glaube, Nuller Vergebung hat aufgenommen in der letzten Zeit. Warum? Weil ich sehe da was Neues. Da ist so ein Balkon. Wo ist ein Balkon? Naja, hier von dieser Seite sieht man so ein Fenster. Ach, die haben aufgenommen, die Husos. Ja, da bist du ja. Wir müssen einen Death Point löschen. Den brauch ich nämlich nicht mehr. Ich schon. Ich will sehen, wo du gestorben bist. Ey, guck mal her. Ich hab einen Apfel für dich, der ist gar nicht vergiftet. Cool, ich lass ihn da liegen. Press ihn! Ich bin allergisch gegen Äpfel. Ich wollte aber, dass er ihn isst. Öl mit Würmer. Das ist ein Wurm am Arsch, glaub ich. Also, ich finde das nicht okay, weil ich hätte doch gesagt, du sollst es für dich behalten. Nee. Warum? Warum tust du mir das an? Weil du bist Nego, deswegen. Ja, aber Nego hat dich immer tief unterstützt. Aber vor allem tief. Nee. So, okay, jetzt hab ich zwölf Diamanten. Ich war nie für diese Politik. Geh noch eins rein, glaub ich. Einer geht doch rein. Das ist der Dingsspruch. Also von Psycho, nicht meiner. Ach so, scheiße. Das hab ich im Psycho. Einer geht doch. Einer geht doch in meinem Arsch rein. Wenn ich mir so einen Psycho-Creeper vorstelle, wie er so an so einem Mann hängt, der so, oh, yo, komm doch rein. Da ist noch Platz. Ich hab noch übrigens viele Lenny-Pads, ich könnt die einfach hinpacken, aber nein. Also, ich hab Psychos Lenny-Pads gesehen. Das war echt enkel. Oh Gott, Alter. Wir müssen hier Laternen aufbauen, mach das auf dem Game. Die gehören eigentlich dazu, zur Stadt. Die Stadt ist aber so gebaut oder so. Was gibt's denn zu essen hier? Was machst du hier? Ich wollte in dein Bett liegen. Darfst du nicht, das ist verboten. Oh, du hast dir deine Turtles so gebaut. Warum? Ach du hast ja auch, das ist deins, oder was? Was, oben, ja? Das ist anscheinend deins. Das ist mein Balkon. Der Balkon war deiner. Das ist mein Bolzenbalkon. Das ist nicht nur O-Lifes Balkon. Ach so, da oben ist O-Lifes, oder? Da oben kommt mein, mein, meine richtige Flat rein. Da kommt meine Wohnung rein. Also, bei mir, im Texture-Pack sieht's geil aus. Ja, ich hab auch, bei meinem Texture-Pack sieht's auch geil aus. Bei mir sieht's geil aus, weil der Boden ist durch Opti-Finer noch so verbunden. Bei mir verbindet sich das nicht. Ich muss das nur eben einstellen. Video-Settings. Wie geht dann das? O-Tier vielleicht? Danke. Du hast mich voll geschissen. Ja. Das war geil. Du hast mich angekackt. Wo ist denn das? Kack-Eier. Performance? Performance ist das doch nicht, ne? Quality wahrscheinlich, ne? Also, deine Performance war nicht so schön. Connected Textures fast. Fast, oder? Du musst dich doch mal anstrengen. Wieso, wie's der Nico macht? Der Niko! Niko! Ach fuck, warum hab ich so wenig Tim... Ah, fancy? Off- Fancy Fans. Pancy-Dance-Vans. Pancy-Dance-Vans. Pancy-Dance-Vans, Alter. Das ist so ein geiles Lied. P-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ich lass dir einfach fancy wie es gerade eben war. Fancy Pancy. Du musst fancy Pancy sagen. Du hast mich voll angeschissen, Alter. Du bist scheiße, Alter. Du bist scheiße. Ich muss immer deine Scheiße wegrollen. Du bist scheiße. Du hast mich voll angeschissen, Alter. Warum ist das so gemein? Weil du scheiße bist. Deine Videos sind scheiße, ich dislike sie jeden Tag. Ich auch. Du dislike deine Videos auch. Das ist auch schon mal schön. Ich finde sie nicht so gut, deswegen. Sie sind einfach richtig scheiße. Sie sind doch voll beschissen, Alter. Aber? So ein Fuso, der die ganze Dreh ist, weißt du? Junge, du Fuso. Ich bin kein Fuso. Ich bin aber. Aber ich habe es immer geschafft, Erster als Kommentar zu sein. Krass, Alter. Erster. Habe ich mal gemacht? Ne, habe ich nicht. Muss ich machen. Das mache ich bald mal. Verdammt. Das ist mir fehlt. Das Iron. Genau dann mache ich es. Genau dann darfst du nicht. Dann mache ich das. Was du kannst, kann ich schon lange. Also kannst du gar nichts. Jetzt kann ich mich auch lange. Tja, da fehlen dir die Worte. Ja. Und so ein Huse. Du bist ein Huse. Du bist ein Huse. Du. 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 Schrei doch nicht, du hässiges Kind. Schaut so raus, Alter. Die Mutter soll sich das mal an die Leine nehmen. Es gibt mal so eine Kinderleine, oder? Das nehme ich es an die Leine. Nehm es mit. Es gibt tatsächlich eine Kinderleine. Ich weiß. Ne, habe ich auch. Aber nicht für meine Kinder. Hast du dir in den Arsch geschoben, Alter? Nein. Für deine Kinder. Für meine Kinder, Alter. Du willst einfach meine Kinder vergewaltigen. Ekelhafter. Hier. Hier ist meine Kinder. Ach so. Ach. Ach so. Jeder weiß Bescheid, was ich war. Ich bin ja auch schon fünfmaliger Vater. Ich habe einfach wild herumgefögelt anscheinend. Du hast viele Partys gefeiert. Das waren interessante Nächte. Hast du einen Copper-Käbel? Weil ich habe nur zwölf. Ich habe einen Cock-Käbel. Aber leider. Gott, das ist kein Copper-Käbel. Weil ich noch keine einzige Maschine gebaut habe. Mach jetzt aber, Michael. Jetzt habe ich richtig fett Strom, ne? Oha, Alter. Du hässlicher. Hässlich. Hässlich. Oh, Telefon klingelt. So, ähm. Ist der Part zu Ende? Ne. Ja, ja. 20 Minuten ja schon. Igor ist wieder da. Ja, also meiner ging ungefähr 10 Minuten, weil ich jetzt 10 Minuten telefoniert habe. Das heißt, ich kann jetzt ein Stück, wo ich weg war, gar nicht wegschneiden. Was? Warum nicht? Das kann ich wegschneiden. Kannst du, aber musst du nicht. Ja, als ob man das anguckt, wie ich so einen Minuten lang rumstehe. Warum sollte man dich überhaupt angucken? Ja, so wirklich. So naiv. Weil ich Vernus bin und Vernus ist cool. Und wann? Wann fängt er an cool zu sein? Ich bin schon längst im Gange. Ja, entscheide du. Soll ich zuerst mit der Stromquelle anfangen oder lieber mit dem Haus? Das ist deine komplette Entscheidung. Du hast recht mit dem Haus. Genau, das meinte ich. Gut. Warte mal, mach ich das. Aber ich weiß ja nicht, wie ich mein Haus so bauen soll. Hm, ich möchte so ein bisschen Holzart machen. Aber auch so eine Art Villa-haft. Aber ich überlege so, welche Materialien brauche ich? Marble benutze ich, glaube ich, für mein Ober, also mein oberes Stockwerk. Okay. Ja. Und, hä, warte mal, wenn ich das so hässlich baue, dann baue ich das dann so hässlich. Ey, warte. Oder ich mache es so hoch, dass es so wie hier ist. Und dann mache ich das Terrain so geil. Richtig geil. Supergeil. So dass ihr einen fappen könnt darauf. Das heißt, du machst jetzt deine Folge noch weiter? Ja, ne, ist nur ein bisschen. Bis du auch aufhörst, dann ist das halt ein 15 Minuten Part oder 12 oder so. Ja. Ich möchte aber jetzt aufhören. Ja, dann höre ich jetzt auch auf. Alles klar, dann war's das dann wieder für's John. Und, kauft euch diese schöne Milch, die ich gerade einblende. Ja. Und ich hoffe, dass ich tschüss.